Frau Merkel hat eine Visagistin, die sie mit einer tollen Frisur und einem schöneren Gesicht verwöhnt und alleine eine Hotelnacht von ihr kostet 505 Euro. Ist doch super, oder? Und wer bezahlt das Ganze? Der deutsche Steuerzahler. Ja, und 2022 hat bei der Bundesregierung Friseure, Visagisten und Fotografen 1,5 Millionen Euro gekostet. Das ist eine ganze Menge Holz, finde ich. Und ja, Merkel hatte man ja früher als angeblich uneitel beschrieben. Ja, stattdessen hat sie jetzt eine Visagistin, die ihre Visage verschönt. Ist doch wunderbar, ne? Also von der einstigen uneitlen Person ist anscheinend nichts geblieben. 16 Jahre Kanzlerschaft haben wohl ihren Charakter ja besonders veredelt. Ihr hört jetzt schon meine Ironie. Ja, ich kann mich schon an Aufnahmen aus den 90er Jahren erinnern, wo sie tatsächlich so eine Kochtopf-Frisur hatte, also die nicht besonders toll aussah. Aber heute sieht sie ja wirklich top gestylt aus und hat anscheinend Geschmack gefunden an dem Geld der Steuerzahler. Und das kann man nicht verstehen, finde ich. Also das ist einfach unmöglich, weil die kriegt eine richtige fette Pension und sollte nach meiner Ansicht alles aus ihrer privaten Tasche bezahlen und nicht den Steuerzahler dafür aufkommen lassen. Das ist unmöglich. Ich glaube, die kriegt irgendwie 15.000 Euro Pension, wenn ich das richtig gehört habe. Ja, das ist eine Menge, Menge Geld und ja, diese Visagistin alleine hatte eine Hotelnacht von 505 Euro. Das entspricht ja einem Hartz-IV-Regelsatz im Monat. Sogar vier Euro mehr als der Hartz-IV-Regelsatz. Und da sieht man ja schon die Dimensionen, was diese Visagistin, also pro Nacht, im Hotel kostet. Und dann kommt ja noch dazu, dass sie ja noch die Merkel ja total verwöhnt. Also da kommt ja noch mehr Geld dazu. Ich will gar nicht wissen, wie viel da dazukommt. Also sie hat ja die Veröffentlichung der Kosten verweigert. Und das hat bestimmt gute Gründe, weil dann der Steuerzahler ja total vom Hocker fallen würde. Ja, total unmöglich, was die Altkanzlerin da macht. Rote Karte für sie. Rote Karte für sie. Rote Karte für sie.